Guten Morgen, ich freue mich, dass Bastian Pastewka heute mein Gast ist, sicher einer der bekanntesten deutschen Komiker und Schauspieler, was sich aber vielleicht noch nicht zu jedem herumgesprochen hat. Er ist auch ein ausgesprochener Radio- und Hörspiel-Nerd und deshalb natürlich erst recht hier richtig. Guten Morgen, Herr Pastewka. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Und ich bin ja sehr beruhigt, Herr Pastewka, Sie sind einer der Gäste, der kann nicht schief gehen bei einer Radiosendung, denn Sie haben eigentlich immer alles dabei, was man braucht. Ich habe mir sagen lassen, auf Ihrem Handy, da sind Jingle, da sind Musikbetten, so Geräusche, die man teilweise beim Radio hört. Stimmt es? Ja, da haben Sie die Pierre M. Krause Show gesehen, da habe ich dem Kollegen ein paar lustige Jingles mal vorgespielt. Ich glaube, davon sind Sie inspiriert. Ja, das kann durchaus sein. Ich dachte mir, vielleicht haben Sie auch für unseren Anfang irgendwie sowas, was schon mal auf so ein launiges Gespräch einstimmt, auch schon so eine gewisse Tiefe mitbringt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was uns so ein bisschen lockert, was so ein bisschen lässig ist. Ich könnte zum Beispiel die Musik von der Sendung von Sandra Maischberger einspielen. Ja, das ist fast schon zu dramatisch, oder? Das ist zu dramatisch, ne? Obwohl, wenn wir jetzt ein paar investigative Fragen heute einbauen in die Sendung, wenn Sie sich das wünschen. Ich liebe Jingles von Polit-Talkshows, aber ich glaube, wir brauchen irgendwas Lässiges, was uns in Stimmung bringt, oder? Hey! Ja, da setzen wir uns gleich noch ein lustiges Hütchen dazu auf. Sehr schön. Ja, ich meine, für den Montagmorgen kann es natürlich auch so kleine Anmutungen noch haben, dass wir an Urlaub denken oder sowas. Oder sowas. Tusch. Weil ich habe immer davon getrennt, eine Late-Night-Show zu haben, aber ich habe sie aus Sicherheitsgründen nie bekommen. Dann machen wir heute eine Late-Night-Show am Vormittag und probieren das mal aus. Und vielleicht ruft am Ende der Sendung jemand an und sagt, Herr Pastewka, wir haben uns immer geirrt, jetzt ist es soweit. Oder auch nicht. Mein Gast hier am Deutschlandfonds Kultur ist Bastian Pastewka. Er begeistert sich auch für Vergangenes, hat zum Beispiel eine große Freude an alten Tonbandaufnahmen. Vor allen Dingen, wenn die spratzen und knacken. Zumindest kann man den Eindruck bekommen, wenn man seinen Krimi-Podcast hört. Kein Mucks heißt er. Ende der Woche startet die vierte Staffel. Da präsentiert ihr Hörspiel-Schätzchen aus den Radioarchiven, unter anderem vom Deutschlandfunk Kultur. Und da sind Sie immer so begeistert, wenn es irgendwie knackt. Warum mögen Sie das so? Ja, tatsächlich. Im Podcast bringen wir alte Kriminalhörspiele. Und die sind in Teilen aus den frühen 50er. Das älteste sogar aus den späten 40ern, was wir bisher in der Auswahl hatten. Und da ist natürlich die Tontechnik noch nicht so kristallklar, wie wir es heute kennen. Alles ist in Mono. Deutschland lebte damals noch in Mono. Und wenn wir dann mal einen dreisekündigen Tonausfall in einem alten Hörspiel, in diesem Fall von Radio Bremen, von 1957 entdecken, dann senden wir diesen Fehler natürlich mit. Wir sagen dann nicht, wir schneiden das zusammen, damit das irgendwie aerodynamischer ist, sondern wir wollen das alte Matz-Band, wie es so erhalten ist, dann eins zu eins in unseren Podcast überführen mit all den Fehlern, die dazugehören. Und das kommt gut an. Also die letzten Staffeln haben sich um die elf Millionen Menschen angehört. Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, alte Hörspiele nochmal wieder aufzuführen? Die Idee kam von Radio Bremen im Jahre 2020. Und zwar noch bevor die erste große Corona-Welle auf uns alle hereinbrach. Da gab es die Idee, hey, Radio Bremen wird 75 Jahre alt, wollen wir nicht nochmal ein paar alte Hörspiele aus den Archiven holen? Und du, Bastian, präsentierst die und erzählst vorne so ein bisschen, was das für ein Hörspiel ist. Und hinten erzählst du, was da für prominente Stimmen drin sind. Und ich habe sofort zugesagt, weil es ist genau meine Welt. Es hat mich total interessiert. Und deshalb habe ich mich auch übrigens in der Corona-Zeit dann durch das nahezu gesamte Krimi-Archiv von Radio Bremen durchgehört und mit der Redaktion besprochen, was senden wir denn davon? Das war so eine kleine Redaktionsarbeit. Und dann haben wir im Sommer 2020, als wir alle noch im Lockdown waren, mit diesem Podcast begonnen, was ein Grund ist, dass die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam wurden, dass er bis heute so schön erfolgreich ist. Also Sie sind nicht nur der nette Ansager, sondern Sie sind tatsächlich richtig redaktionell damit tätig und sind in die Archive gestiegen. Mit den Hilfen, die mir Radio Bremen gibt. Das ist eine sehr große und tolle und mir wahnsinnig zugewandte Redaktion dahinter. Das sind drei tolle Damen, die sich in diesem Archiv viel, viel besser auskennen als ich, die mir in Teilen dann Vorschläge machen. Ich finde manchmal aber auch was auf den historischen Sendezetteln. Es gibt das Deutsche Rundfunkarchiv, das ist im Internet für jedermann einsehbar. Da kann man gucken, was gibt es denn für Hörspiele. Da gibt man dann in der Suchmaske zum Spaß einfach mal Hans Petsch oder so ein oder Günther Neuze oder Inge Meisel oder so. Und schon bam, bam, bam kommen einem sämtliche Hörspiele entgegen im Bild, wo diese Darstellerinnen und Darsteller mitgemacht haben. Und wenn man dann eine gute Geschichte findet, dann lasse ich mir das Hörspiel möglicherweise kommen und dann entscheiden wir, senden wir das oder senden wir das nicht. Hans Petsch natürlich die bekannte, berühmte Märchenstimme. Die haben es erzählt, das ist ja zu einer ganz anderen Zeit entstanden, da war die Aufnahmetechnik natürlich noch ganz anders. Da ist wahrscheinlich nicht nur das Knacken Thema, sondern der ganze Höreindruck ist natürlich komplett anders. Genau, wir lauschen zurück in eine andere Erzählzeit, in die 50er und 60er Jahre, frühen 60er Jahre, da war das Radio King. Da gab es noch kein Fernsehen und das Fernsehen kam erst sehr langsam. Es gab natürlich noch keine Speichermedien und es sind, zumindest die Hörspiele, die wir in keinem Mucks dann auswählen, alles Unterhaltungskrimis. Es ist noch nicht der Weg in den Psychokrimi, wie wir es heute kennen, sondern es sind kleine, ich sage immer Pappkameradengeschichten. Meistens gibt es eine Leiche im Hotel, fünf Gäste sind da, wer war es? Am Schluss, Überraschung, die Rezeptionistin. Das ist nicht besonders abendfüllend, aber damals war das ein Ereignis, die Leute haben sich vor dem Radio versammelt, es gab wie gesagt keine Speichermedien, keine Nachhörmöglichkeiten. Es gibt eine Hörerin, da gibt es einen O-Ton, die gesagt hat, wir mussten uns vor dem Radio versammeln, wir haben uns in Teilen fein angezogen, wir hatten Sekt parat, um uns zusammen mit der Familie ein spannendes Kriminalhörspiel mit der spektakulären Länge von 31 Minuten anzuhören. Und da durfte auch nicht gemuckst werden, da durfte keiner was sagen, sagt diese Hörerin und damit hat sie uns den Titel unseres Podcasts kein Mucks geschenkt. Die Art des Spiels war ja auch noch ganz anders, wie wirkt das auf Sie als Schauspieler, der heute aktiv ist? Dadurch, dass man damals entschlossen hat, dass das Ganze szenisch aufbereitet wird. Wir reden nicht von Hörbüchern, es ist nicht irgendwie Hans Pätsch liest, sondern es sind mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler in einem Raum. Es gibt eigentlich selten einen Erzähler oder eine Erzählerin, die sagt, wir sind in einem Hotel oder so, wir müssen uns das alles zusammen denken. Ein Hotel wird eingeführt dadurch, dass es Bing macht, das ist natürlich die Hotelrezeptionsklingel. Fräulein, ich hatte Zimmer 15 gebucht und schon weiß man, ich bin im Hotel. Wir müssen uns das im Kopf alles so ein bisschen zusammensetzen. Heute wird das bei Hörspielen anders gemacht. Die Stoffe sind natürlich aber auch heute so ausufernd, dass es manchmal ganz gut ist, dass wir einen Erzähler, eine Erzählerin haben, die Sachen abkürzen. Aber damals haben wir das Gefühl, wir hören Radiotheater. Und es wurde ja vor allen Dingen tatsächlich noch mit der Hand gemacht. Heute kommen ja die Geräusche zum Beispiel von Ihrem Handy oder eben aus irgendeiner anderen Sound-Datenbank. Und früher hat tatsächlich noch jemand auf die Klingel gehauen. Ja, es war meistens noch ein Geräuschemacher im Studio anwesend, den hört man auch. In den Radio Bremen Hörspielen, die wir bislang im Podcast hatten, klingelt auch immer nur ein Telefon. Also egal zu welcher Zeit, wir haben nur ein Telefon. Das wird dann wahrscheinlich ein Effekt sein, den man für jedes Hörspiel immer wieder neu eingesetzt hat. Teilweise wurden die Geräusche auch zugespielt. Das merkt man. Manchmal hört man sogar noch, wie die Turntables angehen. Über Schallplatten ist das damals gemacht worden. Also wenn der Kommissar sich zum Nachdenken mal draußen an einen See begibt, hört man so, wie der See so langsam angeworfen wird im Hof. Das ist alles sehr putzig und sehr niedlich. Warum funktioniert das denn jetzt heute noch so gut in dem Podcast? Ist das diese berühmte ironische Distanz, die man dazu einnimmt und sagt, ja, das wäre ja ganz süß, was die damals gemacht haben? Weil normalerweise also dieses Erzählen, das ist ja jetzt heute tatsächlich dann sehr old-fashioned. Ich glaube, bei guten Hörspielen, egal aus welcher Gattung und aus welcher Zeit und wer mitmacht, kann man seine Fantasie ideal spazieren führen. Der Satz ist nicht von mir, sondern von dem Hörspielregisseur Kurt Götz Pflug, glaube ich. Und ich war da eigentlich, ich bin da eigentlich voll drin, weil ich denke, okay, ich baue mir erstmal ein Bild zusammen. Es wird mir nicht alles serviert, wie sagen wir beim Fernsehen oder im Theater, sondern ich kann mich selber da reinversetzen. Ob mir die Geschichte dann gefällt oder nicht, ist egal. Aber wenn die Machart gut ist, ist es eigentlich relativ unwiderstehlich per se. Und man merkt schon ihre Begeisterung. Sie kennen die Namen, sie kennen die alten Sprecherinnen und Sprecher. Ja, das ging früh bei Ihnen los mit dieser Hörspielleidenschaft. Sie waren eines der Kinder, das sich dann weggeschlossen hat oder mit einem Kassettenköfferchen unterwegs gewesen ist. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin 50 Jahre alt, also damit voll die Generation der sogenannten Kassettenkinder. Also ich bekam sehr früh Hanni und Nanni und fünf Freunde und natürlich die berühmten drei Fragezeichen als Kassetten damals geschenkt. Und das war natürlich so eine wunderbare Flucht aus dem Alltag. Ich durfte noch nicht viel fernsehen. Meine Freundinnen und Freunde aus der Schule, die hatten alle schon James-Bond-Filme gesehen und Star Wars und sowas. Und mich hat das immer nicht so interessiert. Ich wollte immer Hörspiele hören. Und als ich irgendwann merkte, okay, es laufen auch Hörspiele im Radio und ich hatte einen kleinen Radiorekorder. Da habe ich mir immer so dann überlegt, okay, heute kommt im WDR ein Science-Fiction-Hörspiel. Morgen kommt ein Krimi, das nehme ich mir auf eine Kassette auf oder ich höre es mir live an und so. Und da bin ich so langsam zu der Begeisterung für speziell öffentlich-rechtliche Funk-Hörspiele gekommen. Waren Sie eigentlich so ein Stubenhocker? Ja, im Prinzip schon. Das muss man sagen. Also alle anderen haben sich auf dem Fußballplatz rumgetrieben und sonst wo. Und ich saß irgendwie zu Hause und fand es irgendwie super, mir alte Kriminalhörspiele oder sowas anzuhören oder zu malen oder sowas oder Comics zu lesen, Fernsehen zu gucken und sowas alles. Aber dass ich jetzt ausschließlich mich da so reingenerdet hätte, das würde ich dann doch ausschließen. Aber Sie haben gerade gesagt, Realitätsflucht. Wovor sind Sie denn geflüchtet? Na, als Teenager weißt du ja erstmal gar nichts. Also viele Teenager von heute suchen sich ihre Begeisterung möglicherweise in Videospielen oder in Chats oder die sozialen Medien machen ja noch eine ganz andere Welt auf. Und ich fand es immer toll, Stimmen zuzuhören und habe damals auch so ein Faible dafür entwickelt, wer spricht was zu welcher Zeit. Also viele der Hörspielsprecherinnen und Hörspielsprecher, die wir in Kein Mucks im Podcast haben, sind auch Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher. Die hörte man plötzlich in jedem zweiten Film. Und ich dachte, Moment, das ist doch schon wieder Peter Passetti. Das kann mir doch keiner erzählen, den höre ich doch überall raus. Sind Sie dann auch jemand, der dann irgendwie versucht, das Gesicht zu einer Stimme zu finden? Ich meine, heute ist es einfach, aber... Ja, das ist super. Ich habe lange natürlich nicht gewusst, wie Oliver Rohrberg, Jens Wawracek und Andreas Fröhlich aussehen, die drei Sprecher der drei Fragezeichen. Auch bei Musik war es so. Also man hörte in den 80ern irgendwelche Popbands und man hatte keine Gesichter dazu. Heute ist das ja fast andersrum. Also gerade in den 90ern sind die Stimmen auch über den Körper verkauft worden, über tolle Hochglanzbilder oder so etwas. Und manchmal war natürlich die Enttäuschung auch da, wenn man dann sah, wie jemand, der irgendwie einen Hollywoodstar da gesprochen hat, dann in Wirklichkeit ausgesehen hat. Ja, so Popkünstler wie, was weiß ich, Bruce Hornsby oder Rick Okasek oder sowas. Die habe ich dann alle später gesehen und festgestellt, okay, solche Hungerhaken würden heute sozusagen nicht mehr telegen ihre Musik mit aufbereiten können. Sie als Radionerd damals, als Jugendlicher, als Kind, war da auch irgendwie schon der Versuch da, das selbst zu machen? Irgendwelche Aufnahmen oder so? Ja, als Kind hatte man natürlich irgendwie noch einen zweiten Kassettenrekorder und fand das ganz super, dann darüber Musik oder Geräusche ablaufen zu lassen und dann in seinen eigenen Rekorder irgendwas dann dazu zu sprechen oder so. Also die Technik war da, aber natürlich nicht die Möglichkeit, das zu vervielfältigen. Heute ist das ja anders. Heute kann ja jeder ein Soundclip oder ein Videoclip ganz schnell bei YouTube oder sonst irgendwas reinladen. Aber das war auch eigentlich nicht meine Idee. Ich wollte, glaube ich, keine Hörspiele machen. Ich habe es dann viel, viel später ein paar Mal machen dürfen. Auch nur in Ausnahmefällen durfte ich mal Hörspielregie machen. Aber das können andere viel, viel besser als ich. Und deshalb lasse ich es lieber. Aber Medien war schon eine Idee, dass sie das machen wollen oder kam das auch erst später? Ja, es ging über die Musik. Also als ich so Ende 17, 18 war, wollte ich unbedingt ein sehr guter Musiker werden und habe dann festgestellt, ich bin leider ein sehr schlechter Musiker. Also es reicht nicht. Und ich konnte einigermaßen Klavier spielen und glaubte auch von mir, dass ich ein bisschen singen konnte. Aber ich bin mit diesen Liedern, die ich mir selber dann so ausgedacht habe, wo ein paar Gags drin waren, erstmal auf die Bühne gegangen, um dann festzustellen, ich glaube, ich will gar nicht der beste Sänger und der beste Pianist sein, sondern ich will alberne, lustige Lieder singen und die Leute zum Lachen bringen. Und das war der Einstieg dann in meine sogenannte Comedy-Entertainment-Karriere oder wie auch immer man das nennen möchte. Humor kann ja manchmal auch so ein Vehikel sein. Also man sagt ja immer in der Schule, da gibt es die Coolen, dann gibt es die Schlauen und dann gibt es die Lustigen. Waren Sie der Lustige? Ich glaube, ich war der Lustige, ja. Also ich war aber auch nicht der sehr Lustige, das muss man auch sagen. Ich war der Lustige, der vielen mit seinen lustigen Gags auch auf den Geist gegangen ist. Also da werden viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, die mir das zuletzt bei meinem Abiturtreffen übrigens auch nochmal bestätigt haben, sicher sehen, dass das bei mir natürlich eine totale Kompensation war. Ich war die komplette Pflaume im Sport. Ich hatte nicht so viel sprachliches Geschick. Ich war in den Naturwissenschaften brutal schwach. Aber ich war in Musik gut, ich war in Aufsetzen gut, ich konnte gut reden und ich wollte immer an der Schule Theater spielen. Egal was gespielt wurde, ich habe mitgespielt. Man hat mir Rollen reingeschrieben, die es in Stücken gar nicht gab. Zum Beispiel? Ich war der Wirt bei Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Da gibt es gar keinen Wirt im Stück, aber ich war der Wirt. In irgendeinem Interview haben Sie mal gesagt, Sie seien als Kind und Jugendlicher gehänselt worden. War das ein Spaß? Nee, das war kein Spaß. Das war wirklich kein Spaß für mich vor allen Dingen. Denn das war in einer Zeit, also Kinder können ja grauslich sein, Kinder können mobben und so. Und ich hatte damals keine Werkzeuge, mich da wirklich gegen aufzulehnen und zu sagen, stopp, bist hier nur nicht weiter, mein Freund. Das konnte ich nicht. Sondern ich dachte, ja, das wird eine Berechtigung haben, dass der jetzt sauer auf mich. Und habe mir das halt voll reingezogen. Also die klassische, vollkommen falsche Mobbing-Fantasie, die man sich im Kopf dann zurechtfummelt. Und sich selber in die Opferhaltung begeben, um den Konflikt zu lösen. Halt der größte Fehler überhaupt. Und dass die mich dann ein paar Mal zu Boden geschmissen haben und sowas alles und mich dann so getreten haben und so, das war halt kein Spaß. Und ich hatte, wie gesagt, überhaupt keine Idee, wie man dem Herr werden kann und habe dann versucht auszuweichen. Anderer Schulweg nehmen oder später in die Schule kommen und so zu tun, als hätte man den Bus verpasst, damit man nicht vorher noch eins auf die Schnauze kriegt. Und das hat ein bisschen gedauert, bis meine Lehrer das geschnallt haben. Und dann gab es dann Gespräche und dann wurde es dann auch allmählich besser. Gab es dann Leute, also Freunde, die ihnen zumindest beigestanden haben? Nee, weil ich habe das mit mir ausgemacht. Und ich habe das auch nicht meinen Eltern erzählt. Die haben das auch viel später erst kapiert. Das war ein bisschen verkehrt, das ist eher falsches Denken. Aber wie gesagt, ich war zehn oder elf oder zwölf Jahre und dann hörte das auch irgendwann auf. Da sind wir wieder bei der Rolle des Humors dann wahrscheinlich. Genau, das ist es. Da kommt es her. Das war ja Ihre Frage. Da kommt es dann her. Da fängst du dann halt an, der Lustige zu sein, der sich in die Opferhaltung begibt. Und das ist das Lustige am Humor. Du musst dich selber erstmal nicht ernst nehmen. Du musst einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, ich muss hier auch die Fähigkeit haben, über mich zu lachen. Mich langweilen manchmal Komikerinnen und Komiker oder Satiriker, die sozusagen immer nur auskeilen. Ich mag es, wenn die auch Fehler von sich selber in ihre Rolle mit einweben. Da hat man manchmal so das Gefühl, das ist auch so ein deutsches Comedy-Phänomen, oder? Dass da oft auf andere gezeigt wird und man sich darüber lustig macht. Und ein amerikanisches. Die Briten zum Beispiel, ich bin ein Fan des britischen Humors, die Briten stellen sich selber immer ins Zentrum mit ihrer Unvollkommenheit. Ein Hugh Grant oder sowas spielt einen vollkommen und unvollkommenen Romantiker. Spiegelt all das, was dann immer Zeitgeist ist oder so etwas. Die Amerikaner, die müssen sich erstmal aufpumpen und am Ende dann scheitern oder dann doch noch das Mädchen bekommen. Egal, ob in Komödien oder auch in Dramen. Bei Ihnen ging es mit dem Fernsehen, mit einem Jugendmagazin beim WDR los. Wie ist es dazu gekommen? Weil beim Fernsehen, da klingelt man ja nicht an der Tür eigentlich und sagt, hallo, ich wäre dann da, jetzt kann es losgehen. Das war beim Westdeutschen Rundfunk tatsächlich möglich. Da gab es einen Kurs, der hieß Geisteswissenschaftler in den Medien. Und weil ich mal kurzzeitig studiert habe, vergessen Sie das, durfte ich, ich habe nicht studiert, aber ich habe mich da eingetragen, durfte ich da mal mitlaufen. Ja, aber davon war ich nur ein Star oder so und zwar besoffen. Und ich bin dann in den WDR reingegangen und dort waren Menschen, die mir erklärten, wie Radio, wie Fernsehen, wie Studioaufnahmen funktionierten. Das waren mehr als die sogenannten Besuchergruppen, die nur einmal durch die Lindenstraße durchwollten, sondern ich hatte da die Chance, mal dem Sprecher Egon Högen zuzuschauen, der gerade anderen angehenden Sprecherinnen und Sprechern Betonungen vorspielt. Der hat diese Verkehrsklips gesprochen. Richtig, genau. Frauen sind oftmals überrascht, wenn sie feststellen, dass sich ein Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Berühmter Satz von Egon Högen in der siebte Sinn, das war so eine Verkehrsaufklärungssendung. In Einbahnstraßen rückwärts fahren ist strafbar. Und der hatte so eine sonore, tolle Stimme und ich habe da mal Mäuschen spielen dürfen, wie der arbeitet. Und da dachte ich, das hier ist meine Welt, das interessiert mich total. Und hatte dann das Glück, über einen zufälligen Kontakt in eine Jugendsendung reinzurutschen, eben das besagte Lollorosso. Und da haben sie als erstes ein Spinat gespielt. Das war noch kurz davor, das war sozusagen eine Art Casting, das war eine Kindersendung, also eine Jugend, nee, das war eine Kindersendung, eine richtige Kindersendung. Und da haben sie irgendwie erzählt, wie Spinat gemacht wird. Macht stark vor allen Dingen natürlich. Ja, und da musste ein Spinat in den Boden eingegraben werden mit einem Gesicht und das war ich. Ich war grün angemalt und irgend so Geschichten sind da passiert. Diesen Beitrag habe ich von meinen Anwälten natürlich danach aufkaufen und löschen lassen. Ja, wir gucken nochmal. Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Bastian Pastewka, der mit der Wochenschau Ende der 90er schlagartig einem großen Publikum bekannt geworden ist. Als das losging, da waren sie, habe ich nachgerechnet, vorhin haben sie erzählt, jetzt sind sie 50, damals waren sie 24. Woher haben Sie dieses Selbstbewusstsein genommen, mit 24 dann in so einer großen Primetime-Show sich zu behaupten? Ich hatte kein Selbstbewusstsein, deshalb habe ich es gespielt. Also ich habe da ein bisschen zu sehr auf den dicken Max gemacht und war natürlich der festen Überzeugung, ich bin wahnsinnig lustig. Und schon in WDR-Zeiten, die Sendung, die ich unmittelbar vorher gemacht hatte damals, war mir klar, so ist es gar nicht. Die einzige Kraft, aus der ich das bezogen habe, war, dass ich mir britische Vorbilder angeguckt habe. Ich liebe Ensemble-Comedy. Also die Monty Pythons zum Beispiel waren ein Riesenvorbild für mich. Deren Kanon kann ich fast mitsprechen. Auch wie funktionierte das Duo Evelyn Hamann und L'Oreal zum Beispiel. Das hat mich immer interessiert, wie die miteinander arbeiten. Und die Wochenshow war, als ich da rein gecastet wurde, ich bekam eine Reihe von Testsendungen. Es hieß, ja, wir probieren dich da mal aus. Da habe ich sozusagen so meine mentalen Vorbilder aus dem britischen Fernsehen mir so vor Augen nochmal geführt und überlegt, wie machen die das? Und habe versucht, dieser Tradition, bin natürlich da nie an die Kraft rangekommen, aber habe versucht, das in der Tradition zu spielen und kam durch diese ersten Drehsketsche dann relativ gut durch. Aber das ist interessant, dass Sie jetzt gerade von sich sagen, Sie waren damals gar nicht witzig. Also Sie haben ja tatsächlich Figuren geschaffen wie Brisco Schneider mit seinem Liebe, Liebende. Das war ja dann ein geflügeltes Wort und die Leute haben das gefeiert und waren begeistert. Und Sie sagen jetzt von sich, Sie waren eigentlich gar nicht witzig, sondern hatten einfach nur ein großes Selbstbewusstsein. Ist das noch so ein bisschen aus der Zeit übrig geblieben, wo Ihnen der Übel mitgespielt worden ist, wo die Leute Ihnen zu verstehen gegeben haben, du bist nichts und wir verkloppen dich, weil du halt so doof bist? Ja, es tut dir als Komödiant immer gut, dass du weißt, wo du stehst und immer ein bisschen Demut zu haben. Fehler machst du sowieso. Aber als Komödiant ist es wichtig, dass du dich nicht für den super lustigsten, besten, größten, tollsten, hübschesten überhaupt hältst, sondern wichtig ist, dass du weißt, du bist eine Pflaume und du musst fuschen. Du musst fuschen, ja. Das meine ich. Ich bin in diese Sendung reingekommen und hatte keine Ahnung. Ich musste versuchen, mich an den eigenen Haaren aus dem Dreck zu ziehen. Figuren wie Ottmar Zittler und Prisco Schneider, so schön sie waren, habe ich etwas später erfunden. In der Anfangsphase habe ich in meinem Kopf so eine Copy-and-Paste-Geschichte gehabt. Und in dieser Zeit habe ich versucht, mich selber zu finden über die Figuren, die ich da gespielt habe. Ich hätte im Jahre, sagen wir mal 1997, mich nicht getraut, in so eine Sendung wie diese hier zu gehen, wo wir gerade zusammensitzen und das so analytisch zu erklären. Weil ich hatte die feste Überzeugung damals, ich bin niemand. Ich habe keine wirkliche Identität. Ich kann gar nicht so sprechen, wie wir gerade miteinander sprechen, sondern ich kann nur in Stimmen, in Figuren, in Sketch-Formaten existieren und sprechen. Also Sie haben sich versteckt hinter diesen Figuren. Johannes B. Kerner hatte mal eine Sendung, die hieß Menschen des Jahres oder so im ZDF. Und als unsere kleine Wochenshow gerade so einen kleinen Peak hatte und ich muss immer sagen, ich verdanke dieses große Glück Anke Engelke, Ingolf Lück und Marco Riemer, die an meiner Seite waren. Ich war da nicht alleine. Wir waren ein Viererensemble, wir waren ein gutes Ensemble zu der Zeit. Und Johannes B. Kerner lud uns ein zu viert und wir waren der festen Überzeugung, wir können da nur in Sketch-Figuren hingehen. Wir können nicht als wir selber da hingehen, weil als wir selber, als Anke Engelke, Ingolf Lück, Marco Riemer, Bastian Pastefka, haben wir nichts zu erzählen. Und wurde das lau. Wir spielten unsere Sketche und das Publikum sah das, aber sie dachten, nee, in der eigentlichen Wochenshow ist es lustiger. Es wäre cleverer gewesen damals, als wir selber hinzugehen. Das weiß ich aber erst in der Nachbetrachtung. Damals war ich der festen Überzeugung, nein, nein, ich kann da nur als Brisco Schneider hingehen, weil nur dann ist es lustig. Das ist interessant, weil ich jetzt gedacht hätte, gerade für Comedy, da musst du so ein Selbstbewusstsein haben, um dich nicht in Frage zu stellen, weil dir ja auch nichts peinlich sein darf. Das ist richtig, aber wenn du in der Sendung von Johannes B. Kerner bist, da gibt es den großen Spruch, du gehst immer zum Publikum des Gastgebers. Du gehst nicht zu deinem Publikum. Dein Publikum, das schaut zu, wenn die Wochenshow am Samstagabend läuft. Damals. Aber das Publikum, was vollkommen unbedarft sich einfach eine Sendung anschaut, da darfst du nicht zu viel erwarten, zu Recht. Sie haben gesagt, dann diese Figuren, Brisco Schneider, Ottmar Zittlau, der Alltagsphilosoph im Prinzip mit seinem Trainingsanzug, Ballonseide, das kam dann ein bisschen später. Noch viel später kam dann Wolfgang von Wolfgang und Anneliese. Solche Figuren, da war das Lachen schon von Wolfgang. Da ist es, Servus, liebe Schlager, Freunde. Was ist hier los? Ich bin's, der verrückte Wolfgang. Wo ist denn die Anneliese? Ja, ich meine, da war natürlich wahrscheinlich, so nehme ich zumindest an, Marianne und Michael Vorbild. Wie gehen Sie die Entwicklung von so einer Figur an? Also an der Seite von Anke Engeke ist es erstmal grundsätzlich, ist grundsätzlich alles sehr, sehr viel einfacher. Wir haben damals 2007, als wir Wolfgang und Anneliese sehr spontan entwickeln mussten, uns angeschaut, wie geht denn Volksmusik des Jahres 2007. Damals war so, Helene Fischer und Florian Silbereisen entern allmählich so die Volksmusik und machen das Ganze wieder ein bisschen jung und ein bisschen frecher. So ist es ja nicht. Man muss ja sagen, wenn heute Volksmusikshows gezeigt werden, sind da sehr viele junge Damen in der ersten Reihe, die mit lustigen T-Shirts da lustige Knicklichter hochhalten, um zu zeigen, ja, ja, die Jungen mögen auch Schlager. Aber wenn man sich die Einschaltquoten dann anschaut, merkt man, so Sendungen sind dann eben doch etwas für die Menschen über 50, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir haben dann überlegt, wie machen wir es? Und da uns Sat.1 relativ spontan, weil irgendeine andere Sendung zu Weihnachten 2007 weggebrochen war, gesagt hat, könnt ihr da irgendeine Art von Weihnachtsshow machen, haben Anke und ich das mehr oder weniger missverstanden und gesagt, die wollen eigentlich so eine volkstümliche ZDF-MDR-ähnliche Schlagersendung haben. Dann haben wir gesagt, komm, wir erfinden so eine Marianne und Michael Variante, nannten das Wolfgang und Anneliese und dann lassen wir Nina Hagen und Howard Carpendale auftauchen und Otti Fischer und die spielen wir dann alle einfach noch selbst. Bums und schon hatten wir die Sendung. Das klingt jetzt aber auch wieder so einfach, da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Tiefstapeln, weil was ich bei Ihnen faszinierend finde, ist tatsächlich Ihr Spiel mit dem Körper, also dass Sie es schaffen, bei Ihren Parodien den Ausdruck der parodierten Person anzunehmen und man sie dadurch erkennen kann. Und Sie haben vorhin erzählt, Schule war nicht so doll, auch nicht der Allersportlichste und so weiter und so fort, aber Sie müssen doch trotzdem ein sehr gutes Körpergefühl haben, weil anders könnte das nicht funktionieren und auch die Art von Comedy, die Sie machen. Meist in Figuren und das ist dann für mich wie für andere möglicherweise ein Marathonlauf. Mir macht das, also ich habe überhaupt keinen Zugang zu Sport und zu Fitnessertüchtigung. Ich wiege mich nicht, das interessiert mich alles nicht. Aber wenn ich mir da so einen Vogel drauf schaffen kann, wie den lustigen Wolfgang vom Volksmusikfernsehen, der schlecht ist und immer sagt, ich brauche doch nicht zum Arzt gehen, der Arzt ist auch eine Pfeife und so. Dann weiß ich, wie der zu gehen hat, wie der sich zu artikulieren hat. Dass der auch relativ entgrenzt im Fernsehen sozusagen in die Faust rülpst, sage ich jetzt mal, ohne dass das eklig ist. Oder Hugh Grant gab es bei Wetten, dass ein Zusammentreffen, wo Anneliese dann irgendwie Hugh Grant einen Kuss, glaube ich, aufgedrückt hat und sie mussten da ihre Eifersucht spielen. Und das führte im Übrigen zu einem kleinen Skandal in der britischen Presse. Ach was. Da stand in der Sun sinngemäß sowas wie Hugh Grant crasht deutsche Volksmusikshow. Dabei waren wir bei Wetten, dass und wir waren Sketchfiguren. Und im Übrigen hatten wir Hugh Grant das auch erklärt. Die Geschichte hat Anke Engelke neulich erst rausbekommen. Damals hat sich die britische Presse ein bisschen gegen Hugh Grant eingeschossen, als wir bei Wetten, dass waren. Warum? Weil Hugh Grant damals den Kurs von David Cameron kritisierte, Premierminister, der unbedingt etwas gegen die Boulevardpresse machen wollte. Und übrigens dann Hugh Grant hat fallen lassen. Und dann hat die Daily Mail und die Sun zurückgeschlagen und hat Hugh Grant niedergeschrieben mit so Sätzen wie Crasht deutsche Volksmusikshow. Und mit uns bei Wetten, dass war Michael Bublé. Und Michael Bublé hat dann dafür gesorgt, die Wahrheit gesagt und gesagt, Moment, Hugh Grant hat in einem Sketch mitgespielt. Ja, war das Opfer. Worauf ihm Hugh Grant einen Kasten Wein oder so etwas geschickt hat und sich bedankt hat für diese Schützenhilfe. Wir wussten nicht, was wir da auslösen. Also so ein Unsinn passiert mit Sketchen. Hugh Grant, an dieser Stelle haben wir das zum Glück auch nochmal richtig gestellt. Hugh Grant hat wunderbar mitgespielt. Der war von Anfang an auf unserer Seite. Und wir waren dankbar, dass da so ein Weltstar sich mit so zwei kleinen verkleideten Kaspern irgendwie abgibt. Das war super. Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist Bastian Pastewka, der nicht nur andere, sondern im Prinzip auch schon sich selbst parodiert hat in der Serie Pastewka, die in zehn Staffeln vorgegeben hat, sein Leben zu zeigen. Wie sind Sie das angegangen, sich selbst als Kunstfigur im Prinzip nochmal neu zu erfinden? Meine sehr geschätzten Autorenkollegen Sascha Albrecht und Chris Kedetnecki und ich haben zusammengesessen und gesagt, wir müssten mit dir irgendwie so eine Sitcom machen. Wir haben natürlich auf die amerikanischen und englischen Vorbilder geguckt, Körbchen Enthusiasm, Seinfeld. Und wir haben überlegt, wir müssen irgendwie so einen Vogel irgendwie erzählen, der auch irgendwie beim Fernsehen arbeitet. Und wir hatten die Idee, der hat eine Managerin und der kennt Comedy-Kollegen. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, wir nennen diese Figur einfach Bastian Pastewka. Wir erzählen ein fiktives Ich dieses sogenannten prominenten Vogels, der da irgendwie im Privatfernsehen hin und wieder Witze gerissen hat in den 90ern. Und jetzt so allmählich nicht mehr weiß, wohin mit sich. Auch hier eine Ensemble-Comedy. Ich liebe Ensembles, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler und eben prominente Gäste waren schon im Pilotfilm und dann in unserer ersten Staffel, die wir 2005 ganz vorsichtig und zärtlich bei Sat.1 versucht haben, dabei. Dass das Ganze dann über 15 Jahre und 10 Staffeln so lange gehen würde, das hätten wir uns beim Piloten nicht träumen lassen. Passiert Ihnen denn das noch häufig, dass Leute diese Kunstfigur Pastewka mit dem echten Pastewka verwechseln oder denken, da ist tatsächlich ihr Leben gezeigt worden? Ja, und ich habe das ja auch befeuert außerhalb der Serie Pastewka. Also wenn wir beide uns hier über Hörspiele unterhalten, wie wir es vorhin gemacht haben, sind diese Elemente, haben wir natürlich auch in Pastewka verwurstet. Da haben wir ja alle möglichen Genres, Subgenres meines Berufes gezeigt. Also wir haben Folgen gehabt, wo es ums Synchronisieren von Animationsfilmen geht, um Hörspiele geht, um Preise gewinnen beim Comedypreis und dem anderen das Braun unter den Nägeln nicht gönnen und sowas. Wir hatten eine super Folge, wo es um ein Battle um Annette Frier ging und sowas alles. Das haben wir in Pastewka alles gespielt und natürlich ist es so, dass die Leute denken, ich bin der Typ. In Teilen glauben sie es aber auch nicht. Und das fanden wir bei Pastewka der Serie immer spannend, dass sozusagen der Fernsehpastewka immer eine Mixtur aus dem wirklichen und einer vollkommen fantastischen Figur sein ist oder sein könnte. Wie ist denn das bei professionellen Betrachtern? Also ich meine jetzt Produzentinnen und Produzenten. Haben die alle verstanden, dass sie nicht der Dödel aus der Serie sind? Nein. Viele Fernsehproduzenten wären im wahren Leben vollkommen nutzlos und werden zu nichts gefragt. Es gibt wahnsinnig viele, die keine Ahnung haben von dem, was sie da besprechen. Bei Redakteurinnen und Redakteuren ist es nicht anders. Unsere Serie war aber auch nur für eine sehr spitze Zielgruppe, das muss man sagen. Sie ist zwar einigermaßen beliebt, aber sie ist natürlich lange nicht so beliebt wie, sagen wir mal, Tatortfolgen oder in aller Freundschaft oder das Finale von irgendwelchen Topmodels-Shows. Sondern wir haben das gemacht für Insider letztlich. Und die hat ja auch eine Strahlkraft auch in die Branche rein. Also sie sind ja auch mehrfach ausgezeichnet worden für die Serie und so. Und ich frage auch deshalb, weil sie haben ja, man nennt das ja dann immer so schön, Ausflüge ins ernste Fach auch durchaus gemacht. Ja, das liebe ich, wenn das gesagt wird. Ja klar. Das schließt sich ja aus. Es schließt sich natürlich aus. Gibt nur ernst oder nur komisch, wie wir alle wissen. Genau. Und also zum Beispiel Morgen höre ich auf. War so eine Serie. Das wurde doch immer als das deutsche Breaking Bad verkauft zumindest. Ich weiß, sie waren da glaube ich nicht glücklich drüber, über diese Formulierung. Nein, niemand war damit glücklich, weil man halt sofort so eine Original- und Fälschung-Geschichte irgendwie im Kopf hat. Und es war eben nicht das deutsche Breaking Bad und sollte es auch nie sein. Und dieses Missverständnis war es nicht, aber dieser Satz kam auf vom damaligen Programmdirektor des ZDF, der das aber natürlich nicht so gemeint hatte. Sondern es hat eine andere große Boulevardzeitung, hat das dann aufgeblasen und dann irgendwann gesagt, wen finden Sie interessanter als Walter White? A. Walter White oder B. Bastian Pastewka? Und die Kommentare darunter, die wollte man damals wirklich nicht lesen. Und schon war das Vorurteil halt da, dass wir das deutsche Breaking Bad machen, was wir aber nicht gemacht haben. Aber zur Frage ernst. Es ist nicht nur eine ernste Serie gewesen, das war eine skurrile Serie. Ich bin wirklich der Letzte, der sagt, ich bin Komiker, aber in Wahrheit träume ich davon, einen ganz ernsten Charakter zu spielen. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe. Das ist auch Quatsch, das gibt es auch nicht. Das sind auch Hirngespitzte. Ich möchte eine Figur haben, die ich verstehe und die möglicherweise dann idealerweise noch etwas mit mir zu tun hat oder wo ich mich reinversetzen kann. Und das war eben bei dem Jochen Lehmann aus Morgen höre ich auf der Fall gewesen. Wenn das jetzt ein ganz beinharter, ernster Krimi gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Das war ein Familienvater, um kurz nochmal die Geschichte zu erzählen. Vielleicht hat es ja nicht jede jeder gesehen. Bestimmt nicht. Der eben Finanzsorgen hat, versucht hat, seine Familie durchzubringen. Seine Druckerei ist pleite gegangen und da hat er sich dann eben entschieden, Geld zu drucken. Und das hat nur so suboptimal funktioniert, kann man sagen. Stichwort Schauspielerei. Jetzt haben wir das ernste Fach behandelt und können das auch wieder ablegen. Gab es aber mal so Situationen, wo vielleicht Kolleginnen und Kollegen Sie nicht ernst genommen haben, weil Sie haben das ja nie gelernt. Sie haben eben vier Semester Pädagogik zum Beispiel studiert und noch zwei andere Fächer, die wir hier nicht näher nennen dürfen und wollen. Also man hat mir da nie das Gefühl gegeben. Also das habe ich nie erlebt, dass es da so eine Ausgrenzung gegeben hätte. Als ich jung war, natürlich, als mich zu Recht noch keiner kannte, war es so, dass viele dachten, ja, das ist jetzt so ein Vogel und ich weiß aber gar nicht, was ich mit dem anzufangen habe. Aber ich bin zum Beispiel mal auf den Komiker Dieter Krebs getroffen, der mir sagte, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Wenn du Lust darauf hast, mach es. Was die anderen denken, ist gar nicht wichtig. Das mit dem Lust haben, man hat auch so das Gefühl, also wenn man von außen jetzt ihre Karriere betrachtet, dass sie tatsächlich nur Dinge machen, worauf sie Lust haben. Also dann gibt es auch Phasen, wo da nichts von ihnen kommt. Ist das so, täuscht der Eindruck oder sind das eigentlich Phasen, wo sie darauf warten, dass irgendwas passiert? Da würde ich jetzt wie Pastewka argumentieren, also der Fernsehpastewka, der sagt, ich kann mir doch mal so eine Auszeit nehmen, aber in Wahrheit jeden Tag bei seiner Managerin anruft und sagt, ist irgendwas gekommen? Was? Vom MDR? Nee, dann leg auf. Ja, und also es ist immer in between. Du wünschst dir irgendwie ein großes Projekt, weil du Lust hast zu arbeiten und wenn es dann nicht kommt, nimmst du es persönlich. Also so ehrlich muss ich sein, das habe ich manchmal auch, diese Gefühle. Ich weiß aber, wenn ich mich davon leiten lasse, werde ich wahnsinnig, weil dann bin ich für mich nicht mehr authentisch. Ich liebe es mich gerade vollkommen intensiv, um meinen schönen kleinen Podcast oder so etwas zu kümmern. Und ich mache das nicht, um so eine Art Überbrückung zu haben oder so oder mental zu denken, ja, ja, aber das ganz große Hollywood-Angebot von Steven Spielberg, das wird ja dann hoffentlich am Mittwoch kommen. Nein, ich möchte die Dinge so bewusst machen, dass es mir Spaß macht. Wenn ich merke, ich komme jetzt hier an eine Grenze oder es macht keinen Spaß mehr oder nach 15 Jahren Pastewka und 10 Staffeln sagen wir, kommt, wir machen jetzt eine schöne letzte Folge, damit wir nicht irgendwann vom Winde verweht werden, dann ist das, glaube ich, wichtiger und schöner und das macht mich dann auch zufriedener, so einen Abschluss von so einer Arbeit auch zu haben. Manche Kolleginnen und Kollegen beschreiben ja auch so, dass diese Zeit des Wartens dann tatsächlich eben dann auch so nervend ist. Wie fühlt man die zum Beispiel? Also ich konnte immer gut mit mir alleine sein. Ich bin Einzelkind und habe früh irgendwie gelernt, okay, es ist jetzt nicht permanent irgendeine Aufgabe da, sondern du kannst dich mit dir selber gut befassen, du kannst dich unterhalten, du kannst ein Buch lesen oder sonst irgendetwas machen. Und tatsächlich ist es nicht so, dass ich wie ein Irrer scharre. Ich hatte zum Beispiel in der Pandemie 2021, habe ich meiner Managerin gesagt, ich möchte dieses Jahr gar nichts machen, weil es ist Pandemie. Ich möchte mich nicht ins Risiko begeben. Ich möchte nicht irgendeinen Film drehen, der sowieso nur unter Corona-Umständen gedreht werden kann, also immer so ein bisschen wirkt wie Angsthasenfußball. Vollkommen verständlich natürlich. Und ich habe gesagt, ich möchte nichts machen. Und dann bekam ich zum Beispiel die Anfrage von ProSieben für die Sendung Wer stiehlt mir die Show? Und das haben wir unter Hochsicherheits-Corona-Auflagen damals aufgezeichnet, Ende März 2021. Und ich hatte da so einen Spaß und bekam diese Show sozusagen geschenkt und durfte da lustige Moderationen machen. Die haben sich viele alter Samstagabendshows moderiert, die Folge, die Sie gestaltet haben. Großartige Peter-Alexander-Parodie. Dankeschön. Das war für mich sowas wie ein Geschenk, was man mir unter den Weihnachtsbaum legt. Und den Blick dafür zu haben, dass dir manchmal Chancen auch geboten werden, der ist wichtig. Und ich bin mit dem immer besser gefahren, als zu sagen, so, ich möchte morgen an der Samstagabendshow, ich möchte dies, das, jenes. Das hat nie funktioniert. Ich bin auch unglaublich schlecht zum Beispiel in Castings. Ich wollte meine Rolle für einen Film unbedingt haben und habe mich da so reingenudelt und war beim Casting, beim Vorsprechen. Und sie haben mich zu Recht nicht genommen. Warum? Man erkannte die Absicht. Und das verstimmt. Jetzt sind Sie ja quasi seit einigen Jahren selbst Medienschaffender. Wie schwer fällt es da, diese Begeisterung aufrechtzuerhalten? Oft ist es ja so, wenn man dann irgendwie was kennt, dann ist man eher desillusioniert. Wie ist das bei Ihnen? Also ich lasse mich wahnsinnig gerne verführen und verzaubern von allem Möglichen, von Serien, von Shows, von Filmen und frage dann auch nicht, wie haben die das gedreht? Aber natürlich hast du immer im Kopf, alles klar, es ist gespielt und oh Gott, die Randfahrt, die ist aber gar nicht schlecht. Wie macht die es, dass sich das in den Augen so spiegelt? Haben die das zufällig gedreht? Also das schwingt immer so ein bisschen mit. Ich glaube aber, wenn man da zu analytisch dran geht, dann wird man irgendwann auch absolut verrückt und hat keinen Spaß mehr daran. Ich merke beim Betrachten aber auch, dass ich älter werde. Ich bin 50 und stelle fest, dass ich schon unglaublich viel gesehen habe und mental immer mit dem vergleiche, speziell mit dem vergleiche, womit ich aufgewachsen bin. Also meinen ersten Komödien, die ich gesehen habe. Nun bin ich keiner, der sagt, Basta Keaton und Stan und Olli haben damals schon alles erzählt und es darf nie etwas Lustiges geben. Aber ich merke doch, dass mich so der ein oder andere neue Comedian-Schauspieler manchmal so erwischt, wo ich denke, yo, das hätte der oder die damals aber schon genauso, vielleicht sogar besser gemacht. Und das muss aufhören. Es gibt keine Kunst, die sozusagen für immer gültig ist. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, egal aus welchem Fachgebiet, die wir lange kennen, deren Kunst lange überdauert. Weil die Lobbyarbeit da möglicherweise auch ganz gut ist oder so oder Verlage das immer wieder neu auflegen und so weiter. Aber ich freue mich immer auf was Neues. Staunen Sie eigentlich manchmal selbst noch, dass Sie Teil dieses Mediengeschehens sind? Also, dass Sie der Bastian Pastewka, wir haben über den kleinen Jungen, der seine Hörspiele gehört hat, gesprochen. Und mittlerweile sind Sie selber ein Name. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo Sie festgestellt haben, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich Teil dessen? Ne, weil, also natürlich wundere ich mich darüber und wann immer ich ein neues Projekt angehe, meinen Podcast starte oder einen Film drehen darf oder so, habe ich immer noch Lampenfieber wie beim ersten Auftritt. Das wird sehr, sehr oft als kokett empfunden, wenn man das sagt. Bei mir ist es aber wirklich so. Das gehört für mich auch dazu, die Aufregung, weil das ist Teil dieses Geschäfts. Und dann zu wissen, okay, jetzt spielt es sich umso ruhiger, weil du hast den Sockel der Aufgeregtheit ja die ganze Zeit unter dir, dann ist ja alles gut. Bastian Pastewka, am Donnerstag startet die neue Staffel von seinem Podcast, von seinem Krimi-Podcast Kein Mucks. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Ich danke sehr herzlich, große Freude, vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.